Hey Leute was geht und willkommen zu diesem Video Ihr habt es vielleicht in den Titel gesehen Valdenix is back Ja ich bin zurück Leute Ich habe meine Aussage genutzt und sowieso was ich mit diesem Kanal wähle Und ich wähle von vorne starten Nicht falsch Ich nehme ein paar Projekte runter Anteton lasse ich drauf Genau wie die Vlogs Aber Anteton werde ich in 1-2 Jahren noch mal let's playen Mit euch zusammen Und das wollt Daumen hoch Und ja ich bin zurück Was wollt ihr für Projekte sehen unten in die Kommentare Was wollt ihr für Vlogs sehen Und 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 Schreibt es mir in die Kommentare Und ja dann sehen wir uns Beim weiteren Video Und das wird umgeschnitten und hochgeladen Und dann sagen Bis dahin Ciao Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin �